Wir haben einen wunderschönen Bubble Ball, den wir zusammen unboxen werden. Der Hersteller ist die Firma Kitland und wir gucken jetzt mal rein, was damit hier los ist. Von wo ist es denn offen? Von hier! Dann wollen wir es hier mal erstellen. Einmal eine mega coole Pumpe. Und den Bubble Ball. Hier sieht es schon mega nach einer Bubble aus. So heißt er ja auch. Bubble Ball. Er ist drin und wir hoffen, man hört auf jeden Fall was. Ob man die... So. Okay, man... So sorry. Wieso ist das? Ja. Bubble. Der fühlt sich ja lustig an. Ganz weich und fast wie so Silikon. So, wir schaffen es, wir müssen es jetzt erst mal schaffen, diese Nadel hier rein zu kriegen. So, und hier fangen wir an. Das ist... Das ist... Das ist... Da kommt irgendwie keine Loch vor. Ist da irgendwo ein Loch? Oh mein Gott ey Paa wir müssen, wir sind so blöd. Damit es auch läuft mit dem Nachbarn, gibt es hier noch einen kleinen Aufsatz. Ich glaube du stehst damit voll herein. Du stehst damit einmal rein. Also gucken blabiblub, mit dem Ding reinstechen. Ich gucke es einfach an. Das ist natürlich mit Text nur ein Warnhinweis. Ich denke du wirst hier bestimmt eigentlich da rüber müssen. Ich denke auch nicht, dass man eine Anleitung braucht um den Ball aufzupumpen. Okay wir sind wieder am rumputzen. Es kommt noch raus. Oh mein Gott Leute guckt es kommt wirklich nicht raus. Das sieht schon bubblig aus. Das ist schon ein bisschen ruhig. Ja. Ja. Wir holen jetzt die Fahrradspunkte. Reicht das so? Ja. 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 Ich wollte gerade sagen, ich hab es. Nach 10 Minuten, a few moments later, heißt es, immer in den anderen Videos, läuft es. Also, falls ihr mal diesen Bubble Ball vom Kipland habt, erstmal mit Gewalt reinhämmern, das Teil, nicht zu zaghaft sein, anscheinend hält das aus. Und gleich, bumm! Ne, er ist wieder raus. Vielleicht ist es auch einfach, wenn man erstmal eine gewisse Größe hat. Wie groß wollen wir denn? Ja, so groß ungefähr. Ja, so ist das schön. Wollen Sie so? Oh, ich habe gesehen, wir wollen noch 4 nehmen. Warum? Da? Oh, der Kameramann. Oder die Kamerafrau schüttelte. Ja, da steht 1,20 drauf. Aber nicht mal zu viel. Ja. 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 Oder die Kamerafrau schüttelt. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Euro nicht umsonst. Jetzt läuft es. Jetzt machen wir noch mal schnell ein paar Meter. Da kann nur ein Meter werden. Niemand kennt den Platz. Ist das ein Meter 20? Aber wir können jetzt Mia holen. Ich meine ein bisschen will man ja auch überlassen. Epa. Alter. Ja. Das ist ganz spaßig. Aufbau war ein bisschen kompliziert. Weil man eben nicht weiß wie weit man mit dieser Pumpe da rein kann. Das ist nicht so handlich. Jetzt ist er fertig. Mit Spaß ist es wahrscheinlich werfen. Ja ist es. Ja. 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 Ja.